Warte mal, kann man vielleicht noch Leuchtenstock anders herstellen? Außer Leuchtt? Ah ne, ich hab das auf Englisch schon. Glowstone. Drei Hüte. Mit diesen Hüten haben wir auch alles machen wir. Zucker, Glas, Camp Powder. Ja. Ich hab nur ein Gut. Reicht nicht. Äh, so. Wir haben die Fertigung. Kann man größte noch irgendwo rauskriegen? Das habe ich so. Hä? Zertels Quarzschraub. Äh, Konsolen. Eins, zwei. Raffiniertes Kloster. Aber ich hab doch... Äh, ich hab nicht. Aber ich habe doch. ich habe nichts zu essen mit der sagen noch einmal kurz wieder zurückspringen eine konsole jetzt brauche ich hier noch kurz mal zack kann man das hier auslösen? Leuchttranken irgendwie rauskriegen? Leuchttranken? Ja. 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 Leuchttranken? Keine Ahnung. Leuchttranken? Leuchttranken? Die kannst du essen. Wird toll. Ich möchte aber nicht leuchten. Oh, Klostone. Heimelsteinblock. Was mache ich denn eigentlich mit dem ME-Controller? Wie sieht das denn aus? ME-Laufwerk. ME. Ach, das ist ja... Ja, das ist zu kompliziert. Das musst du dir dann angucken. Das ist ja, wenn du... Du machst ja erstmal ein kleines ME-System. Wenn du noch ein größeres haben möchtest mit mehreren Netzwerken und mehrere Plutinen drin, dann brauchst du die ME-Controller. Ach so. Ach so. Aber eigentlich reicht ein kleines Ergebnis. So. Eigentlich... Das heißt, jetzt habe ich das Laufwerk. Äh... Es braucht sich... Welche waren denn das nochmal? Was denn? Was suchst du denn? Waren die normalen Speicherzellen, ne? Keine Fluide oder sowas. Ganz normal. Äh... Ach ne, ich habe das ja auf Englisch. Aber kannst du ja auch 1K eingeben. 1K ME. Ja, ja. Das hilft halt. Okay. Dann... So. Das kann da erstmal rein. Ich weiß nicht, was das Spital ist. Oder sind das diese... Ich glaube, Megazellen heißen die riesigen, millionenfachen Teile. Da. Ah ne. Das ist das nicht. Ne. Scheiße. Portable Item Cale hier. Okay. Chemical, okay. Das sind euch Zertus Quarts. Ähm... Ichy... Was würde ich denn jetzt machen? Wie würde ich mir das machen? Ah, alle. Ich habe hier irgendwo ein Monster mit einem Rucksack. Der Rucksack spielt Musik. Ja, es ist Katastrophe. Ich kann ihn durch die Wand hören. Kann ich da irgendetwas von wegschmeißen? Nee, das hier kommt weg. Okay, er folgt mir. Na gut, er hört sich jetzt mal Musik. Ist auch ganz nett. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt ein bisschen... Warte, bevor wir da jetzt hingehen. Jetzt habe ich die Scheiße wieder aufgenommen. Warte, ich habe Quas. Warte mal. Hier muss ich aber 64 Äpfel mit. Das wird so reichen. Wir brauchen Netaputter hier. Ach, hier hat er auch. Netaputter oder Jeter-Butter? Netaportal. Ach, Netaportal. Nicht Jeter-Portal. Ich möchte nicht, dass irgendjemand in mir drin ist. Danke. Sag das mal, der Name ist auch da. Das war was anderes. Branschen, ne? Hier musst du wieder hoch. Luft. Hoch. Hoch. Grüß auf. Das ist das Schöne bei dir. Ich kann unter was atmen. Ich brauche keine Luft. So. Das heißt, davon habe ich jetzt auch schon mal ein Speicherdeck. Bedeutet... Ich kann eigentlich stohlen. Alles einspeichern. Das kleine Ding fertig machen. Ja, aber am besten machst du dir zwei, drei, gleich, von den Speicherzeiten. Ja, so wir haben ihn noch nicht. Ich brauche auch noch Whetstone. Das ist... ...Klastrufe. Was ist das wieder? So, was leuchtet da? Ich bin mal, aber nee, sehe ich ja was. Ne, mir ist das hier weg. Ach, das ist es wieder. Ja. Ach, halt, ich brauche. Wo ist denn? Da muss ich meinen Controller. Ah, nee, der andere. Der Exaktor. Das war jetzt doof, weil ich ja eigentlich wollte ich ja auffüllen. Eigentlich. Eigentlich. Stadt ausgelöscht. Wo habe ich denn... Wo sind denn meine Hundis? Oh, da ist ein NETA-Portal. Ein zerstörtes. Ja. Und da sind sogar zwei Kästen mit dabei, oder? Ne, da sind Spawner mit dabei. Oh, nee. Was ist das Obziden? Dings. Zweigen Obziden. Hallo. Wo habe ich denn nochmal so... Gabelgarisch. Äh, äh, äh. Äh. Ich weiß nicht. Zack. Jetzt bin ich hier wieder. Äh, ja, natürlich. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, da möchte ich es anders. Irgendwo. Hundis. Aber es ist andere Seite. Äh. Oh, er trugt noch. Ich bin fort mit dir. Ach so, das ist richtig. Ach, ich schulde mich über Ausruhen. Ich meine, das war gerade Tag, aber... Was ist denn? Ich habe keine Speicherstelle. So, die... da kann ich erst mal weisen weg ganze dinge eigentlich einfach machen müssen das ist übel wenn es dich stört es stört nicht nur ein bisschen also wenn ich jetzt geradeaus weiterlaufen kundin zu den hundis das war die stunde was anderes hätte mir doch wir sollten auch noch unbedingt eine anliegestelle haben für gute Prozent er hat wenn es da müssen wir das noch mal das ist sicherlich doch mit ihm vor allem wie das tut ich erinnere mich Dann wurde ein ganzes Dorf ausgelöscht. Ja, okay. Klar. Ja. Ich habe einen kleinen Waiter angezettelt und habe die alle in ein Dorf geschickt. Das war nicht so nett. Das war nicht so nett. Das war nicht so nett. Ja, das glaube ich. So, jetzt haben wir ein bisschen Kabel. So, nach Hause. Kabel, nicht Stein. Kabel. Ja, aber... Nein, nicht aber. Kabel. Nicht Stein. Kabel. Mann. So. Habe ich noch irgendwo geguckt? Krüste oder sowas rumfliegen. Oh, nicht mehr. Die ganze... So. Und dann geht das dann endlich weiter. Wieder alleine. Wieder ein bisschen zwischen den Folgen unterwegs. Noch ein bisschen aussortieren. Wir haben den Umzug jetzt fast geschafft. Das ist jetzt der Rest. Ähm... Das ist noch Snacks. Ja, es ist noch so viel. Snacks, 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 Snacks. Snacks, 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 Snacks. So. Mal die ganzen... Nächste rein. Die packen wir mal nach unten. Die kann noch nicht weg. Die kann noch nicht weg. Ich habe gar nicht darauf gesetzt. Die Kiste ist größer, aber... Ach ja. So. Äh... Dann packen wir hier rein. Ja. Haufenweise Müll. Ähm... Was war denn jetzt die... Oh. Das war sechsmal rein. Den können wir ausstellen. So. Dann haben wir den hier leer. Der ist leer. So. Dann haben wir die Müllkiste hier noch. Was ist da noch irgendwie übert rein. Ne. Die gehört da nicht mehr rein. Die gehört hier hinten rein. Der und der auch. Da haben wir nichts mehr für. Hier nur. Müll. Und noch ein paar... Ja. Das würde wohl nicht alles reinpassen. Dann haben wir hier noch ein paar... Seeds. Ein paar Blümchen. Äh... Weg. 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 ordentlich aus irgendwie noch ein stopfen können die idee so küssen wieder voll es ist einfach so viel müssten wir eigentlich wieder um wanderschaft gehen oder wir müssen uns jetzt mal so viel haben wir davon nicht mehr gewonnen von wesentlich mehr mit haben wollen von so ok du hast doch wahrscheinlich auch gerade pause und dann geht das gehäule wieder los bis hier die unbesen platz können auch mal die hundis holen haben wir hier irgendwo noch ein knochen das wird nicht reichen um die hundis zu holen aber wir können dabei die hundis weitermachen irgendwo ist unser kleines und wie heißt eigentlich der gestreckt immer die zunge raus schade ich wollte einen zweiten die haben aber kein leisten da haben wir gebaut und dann müssen wir glaube ich mal in dieser ecke da essen haben wir mit aber wir haben wir ganz weit gesperrt mit und die papier ich bin der bilder das war falsch ist ich habe gar kein zweites schwer mit dabei so eine spitzhacke eine schaufel wäre vielleicht auch ganz nützlich und vielleicht noch ein bisschen mehr essen die lasse es nein was von sohn terrorisch und nicht mehr wir ja auf wir haben nichts mehr hören das ist das ist esel das bitte nicht an das bitte nicht an warum soll ich den angreifen da bist du ja das ist mir aber gerade wurscht denn ich muss da durch so hundi auf geht die müde reise hier ist wieder so ein bietchen und da ist noch ein bietchen was war denn das für ein bietchen was bist du denn für ein bietchen ich glaube ich wohne noch richtig ich glaube schon ahhh bärchen nicht gut nicht gut hier sind überall bärchen oder das sind kürbisse hundi hundi komm hier